Hallo, wir sind die Weinhäuten von Bernkassel-Kuhs und wir befinden uns heute in einer der berühmtesten Weinlagen unserer Stadt, dem Bernkasseler Doktor. Und den wollen wir euch jetzt ein bisschen näher vorstellen. Die Weinlage hat ihren Namen von einer beliebten Legende. Erzbischof Beaumont II. soll auf Burglandshut schwer krank sein. Kein Arzt konnte ihm helfen. Daraufhin brach ein Rittersmann auf, um dem Erzbischof zu helfen. Dabei hatte er den besten Bernkasseler Wein, den er besaß. Beaumont trank von dem Wein und wurde daraufhin gesund. Und er taufte ihn Bernkasseler Doktor. Der Bernkasseler Doktor liegt oberhalb der Altstadt von Bernkassel-Kuhs. Er gehört zu den berühmtesten Weinlagen der Welt. Ach so, und wusstet ihr schon, wir als Weinhäuten sind nicht die einzigen Majestäten, die einen guten Tropfen vom Bernkasseler Doktor schon probiert und genossen haben. Denn Queen Elizabeth hat bei ihrer Hochzeit auch schon den ein oder anderen Tropfen davon trinken können. Zum Wohl! Zum Wohl. Zum Woh-